Musik Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Kartenchaos aus der KW14. Heute kommt wieder ein altbekanntes Kartenchaos und zwar zu viele Portale. Diesmal sind die meisten Magier Dalarans zu weit gegangen. Sie haben hunderte von Portale geöffnet. Wählt eine Klasse und besiegt eure Rivalen mit einer Handvoll Zauber und einer ganzen Menge Portale. Und es macht Spaß, von daher. Sie dürfen es da jetzt nur nicht wieder verkacken wie beim letzten Mal. Das war ja wirklich die unterste Schublade, was ich da abgeliefert habe. Und ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht nochmal. Eure Seele wird mir gehören. So. Ja, lass mal einfach mal so. So, ich spiel mir die direkt mal aus. So, was mach ich? Machen wir es mal so. Okay, okay. Übel. Mich stört nur dieser Murloc da. Der und die stören mich auch. So. So. Das war ja auch, dass ich was, äh, dass ich was vergessen habe. Das E-Mail-Programm läuft noch im Hintergrund, dummerweise. Wie gesagt, in fast jeder Aufnahme habe ich irgendwas, was hier reinklingelt, reinpiepst oder... Sollte mir echt mal so eine Checkliste machen, wo ich wirklich, äh, alles durchgehe, dass ich ja nichts vergesse. Schon ein bisschen nervig. Und da kommt gut, wenn mir noch was. Okay. Ja. Ja, da ist auch so ein Ding. Das Beschwingungsportal ist geöffnet. 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 Ja... Okay... Ah shit, ähm... Alles ist gut, solange du wild bist! Das war knapp in der Runde. Ja, ich hab... Ich hätte aber vielleicht besser überlegen sollen. Vielleicht hätte ich den anderen da irgendwie down gekriegt, aber... Naja... Ich bin gut dabei. Ihr könnt die Qualität nicht aufhalten! Wir wollen die Regeln! Dies ist kein Ort für Sterbliche! Gah! 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 Daher... Keine Kartenpackung... Schön schön... Questfortschritte... Grunde Ende... Auch schön... So, schauen wir direkt mal in die Packung rein... Ob was Schönes dabei ist... Sieht nicht so aus... Hm... Naja... Nichts berauschendes jetzt... Gut, das war mal wieder eine schöne Runde... Kartenchaos... Ich hoffe es hat euch so weit gefallen... Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da... Würde mich freuen... Das Abonnieren nicht vergessen... Und dann sieht man sich beim nächsten Mal... Ciao...